Es ist cool, wenn du mit dem Kater bist. Es ist cool, blablabla. Ja, ich fuhr. Wir fuhren uns. Und es fuhr einfach. Andromashi ist bei uns im Speed Date. Ich freue mich sehr. Hi, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch sehr. Wir freuen uns auch sehr doll. Bist du bereit? Ja, ich bin. Die Zeit läuft ab jetzt. Hier ist meine erste Frage. Was ist das lustigste Wort in deiner Sprache? Also auf Deutsch, du kannst es auswählen. Okay. In meiner Sprache das lustigste Wort. Es ist ein Loch, wo ein Wurm lebt. Kannst du es nochmal sagen? Es ist gut, ich komme im Gaterpa. Es ist gut, ich komme im Gaterpa. Es ist gut, ich komme im Gaterpa. Okay. Nächste Frage. Du gewinnst im Lotto. Was würdest du als erstes tun? Ich würde ein Haus kaufen, ja. Ich würde ein Haus kaufen. Aber nicht in Siegen. Vielleicht. Wieso nicht? Okay. Ich möchte Sie besuchen. Ja. Okay, wir freuen uns, wenn du zurückkommst. Nächste Frage. Was war der peinlichste Moment für dich in der Schule? Ich war verknallt mit einem, mit Lukas. Ich war verknallt mit Lukas. Ja. Wenn du das sieht. Hi Lukas. So, ja, I was running. We were chasing each other. And it just fell. In the mud. In the mud. Ja. Und Lukas? Hat gelacht? Ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube, ich möchte mich nicht erinnern. Ich hoffe, dass Lukas das jetzt sieht. Hallo Lukas. Nächste Frage. Was war dein erster bezahlter Job? Ich habe gesungen, ja. Toll. Ja. Das wünscht sich jeder, oder? Jeder Künstler. Was ist deine erfolgreichste Art zu flirten? Hm. Ich glaube, dass ich versuche, den anderen zu lachen zu bringen. Ja, die ganze Zeit. Ich liebe lachen. And fun things. Ja. So, ja. Ich glaube, dass ich das mache die ganze Zeit. Bei mir hat es funktioniert. Ähm. Nächste Frage. Gibt es Außerirdische? Ja. Ja. Ganz klar. Was ist das für eine Frage? Ähm. Nächste Frage. Wovor hast du Angst? I am afraid. I don't want the time to pass. Because maybe I am not that fast to do whatever I want to do. Mhm. That's the only fear I have. Ja. I understand that. All the time. All the time. All the time. And now our time is up. What an irony. But. There is still. Have you tried it? No. It was perfect. We have it at the end. We have another task. We would like to sing your song. But in a new version. You have three options. Okay. I'm going to do Britney. Ella. Ella. Come on. Okay. 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 Thank you so much. Amazing. Jesus. That's one of the most embarrassing moments in my life. You have to know that. Yeah. This would be my next question. No. But the interview is over now. Bye. Bye. Bye.